Willkommen im City6L-Universum. Gestalten Sie in diesem Massively Multiplayer-Städtebauspiel mit der Hilfe anderer Spieler die Stadt ihrer Träume. Der erste Schritt ist die Wahl ihres Planeten. Das Spiel unterstützt Sie dabei mit wertvollen Informationen wie dem Wirtschaftsstatus des Planeten und dem Durchschnitt der von anderen Bürgermeistern erhobenen Steuern. Als nächstes müssen Sie entscheiden, wo Sie den Grundstein für Ihre Metropole legen wollen. Ihre Standortwahl beeinflusst die Art der Stadt, die Sie bauen können. Auch hierbei gibt Ihnen City6L alle zum Treffen ihrer Entscheidung nötigen Informationen. Das Spiel zeigt Ihnen an, welches Gelände sich für Landwirtschaft, Ölförderung oder Tourismus eignet. Selbst Trinkwasservorkommen werden angezeigt. Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Wahl für den Standort Ihrer Stadt auf der Basis der vorhandenen Ressourcen, des Klimas und der Geländebeschaffenheit treffen. Der nächste Schritt ist natürlich die Errichtung Ihrer Stadt, wie im letzten Video gezeigt. Im Gegensatz zum Einzelspielermodus sind Sie im Planetenangebot nie auf sich allein gestellt. Über Chatfenster und verschiedene Chatkanäle können Sie sich jederzeit online mit anderen Spielern unterhalten. Außerdem können Sie und andere Spieler Ihre Städte gegenseitig besuchen. Mit dem City6L Avatar Editor können Sie den Avatar, der Sie im Spiel vertritt, Ihren Wünschen entsprechend gestalten. Ob Sie sich von der Realität oder von Cartoons inspirieren lassen, ob Sie Ihren Avatar dick, dünn, muskulös, männlich, weiblich gestalten, Sie entscheiden, wie Sie sich Ihren Freunden präsentieren wollen. Um die Entwicklung Ihrer Stadt voranzutreiben, sollten Sie bald den Handel mit anderen Spielern einleiten. Alle Städte in City6L produzieren und konsumieren Ressourcen und Dienstleistungen, welche durch Token dargestellt werden. In der Planetenansicht werden Angebot und Nachfrage von Token in blau bzw. orange angezeigt. Je nach den Entscheidungen, die Sie getroffen haben, werden Sie mit Landwirtschaft, Schwerindustrie, Öl, Wasser und anderen Ressourcen handeln wollen. Handeln ist denkbar einfach. Wählen Sie die Ressourcen, die Sie handeln wollen, was Sie im Austausch dafür haben möchten, sowie die Dauer des Vertrages zwischen den beiden Städten. Ihre Stadt profitiert vom Handel. Er steigert die Zufriedenheit Ihrer Einwohner und die Leistung Ihrer Unternehmen. City6L bietet außerdem eine Website, auf der Spieler über ihr Profil mit Freunden in Kontakt stehen und ihre Stadt verwalten können, selbst wenn sie sich nicht an dem Computer befinden, auf dem das Spiel installiert ist. Ihre Freundesliste verschafft Ihnen einen Überblick darüber, was sich in den Städten Ihrer Freunde tut. Vielleicht brauchen Sie Ihre Hilfe. Jede im Planetenangebot erstellte Stadt hat ihre eigene Seite mit den Eckdaten der Stadt, wie etwa Gesamtbevölkerung, Budget und Umweltverschmutzung. Auf dieser Seite werden auch die Tokenüberschüsse und Mangel der Stadt detailliert aufgelistet. Machen Sie gerade Mittagspause, sitzen Sie in der Unibliothek, mit ein paar Klicks können Sie Ihre aktiven Verträge verwalten oder sich um einen Elektrizitätsengpass kümmern, damit Sie abends, wenn Sie nach Hause kommen, die Feinabstimmung vornehmen können. Die Profilseite gewährt Ihnen außerdem Zugang zur Blueprint-Lotterie. Blueprints sind Pläne für außergewöhnliche Gebäude, die nur von mehreren Spielern gemeinsam errichtet werden können. Sie werden Megastrukturen genannt. Nach der Aktivierung eines Blueprints können Sie mit der Errichtung der entsprechenden Megastruktur beginnen. Dazu gilt es zuerst, die entsprechenden Token im Spiel und auf der Website zu sammeln. Ihre fertiggestellte Megastruktur wird Ihrer Stadt viele Vorzüge bringen, nicht zuletzt wegen des Ansehens, das Sie für die Errichtung eines solchen Bauwerks erwerben, das auf der Website erwähnt wird. Das Ansehen Ihrer Stadt wird nicht nur an Ihren Megastrukturen gemessen, sondern auch an Ihrer Präsenz und Position in den vielen Ranglisten von City's Excel. Wollen Sie die beliebteste Stadt auf Ihrem Planeten schaffen? Die umweltfreundlichste, reichste, größte Touristenattraktion? Sie finden bestimmt etwas. Ob Sie einen großen Erfolg für Ihre Stadt melden oder einfach nur einen Freund um Hilfe bitten möchten, über die City's Excel Website können Sie private Nachrichten versenden und empfangen, sowie ein Stadttagebuch führen. Als Bürgermeister können Sie für jede Stadt auf einem Planeten ein City-Journal führen. Dabei handelt es sich effektiv um einen Blog, in dem Sie Texte, Fotos und Videos veröffentlichen und auf Kommentare reagieren können. City's Excel ist das einzige Städtebauspiel, das Sie nicht nur bauen, sondern auch kommunizieren und handeln lässt. Ein Ort, an dem Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, während Sie mit dem ganzen Planeten Spaß haben. City's Excel. Virtual Cities. Real People.